Seit August 2012 sucht die Polizei den Mann, der Marc auf dem Aussichtsturmfest in Wiber lebensgefährlich verletzt hatte. Seit diesem Vorfall ist Marc vom Hals abwärts gelähmt. Nun startet die Polizei eine neue Offensive und erhält hierbei Unterstützung vom OFC. Beim Pokalspiel gegen Wien-Wiesbaden wurden die Zuschauer darum gebeten, zur Aufklärung der schrecklichen Tat mögliche nützliche Hinweise an die Polizei weiterzugeben. Für OFC-Stadionsprecher Olaf Kruse ist diese Art von Hilfe selbstverständlich. Wir sind natürlich angesprochen worden, ob wir in einem Rahmen von einem Heimspiel diese Aktionen unterstützen können. Wir haben natürlich auch sofort spontan zugesagt und sahen auch heute die Chance, vielleicht da mit irgendwelchen Informationen, die auch jetzt glaube ich, dass wir die Anzeigentabeln nochmal verstärkt haben, vielleicht nochmal zu sensibilisieren. Der Fall liegt ja schon längere Zeit zurück und vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, jemanden zu finden, der was weiß, der was mitbekommen hat. Das ist ja auch in Wiber passiert. Manchmal ist es so, dass man halt da bestimmte Möglichkeiten hat, da was zu identifizieren. Marc, selbst ein glühender OFC-Fan, appellierte in einer Videobotschaft an die Zuschauer, ihm zu helfen und den Täter endlich zu ergreifen. Die Juan Stephan hat das letzte Mal verbunden. Die ihn mitbekommen, die ist ja auch in den USA. Es ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch.